Es würde mich wahnsinnig machen, wenn ich so viel Fliegen um meine Augen hätte. Das ist ja ätzend. Können die das ab? Da gibt es doch diese Gase, was man da so vormacht. Ich frage mich ja, warum sie gerade an die Augen gehen. Da fliegen die ganz alleine hier. Ich frage mich ja, warum ich da so viel fliegen habe. Ich frage mich, warum ich da so viel fliegen habe. Das sieht man so an, wenn Oma sagt,